Aufnahme neu starten. Scheiße. Hey, Arin. Stinky Shitty. Stinky Shitty? Stinky Shitty. Stinky Shitty! 3, 2, 3, 4... Das hier ist lieber mein Sohn. Warum? Warum? Weiß ich was verstanden? Okay. Ich habe nicht mehr viel Eisen Power left. 1, 2, 3, 4... Ich. Oh, oh. Ich buddel grad unter dem Bauernhaus so ein bisschen rum und dann höre ich so... Oh. Alter! Die stehen bei mir vor der Tür! Kann mir mehr helfen kommen. Ach, die sind ganz easy, wenn du ein Schild hast. Hab ich nicht! Oh. Soll ich kaputt machen? Nicht mit Befehl. Ich habe Rüstung an, aber ich weiß halt nicht, ob da so ein geiler Axtboy dabei ist. Ah, ihr seid zu viert! Was wollt ihr von mir? Hast du was angestellt? Nein! Vielleicht sind das die selben, die wir vorhin bei Schungel gesehen haben. Die sind ganz um den Berg gelaufen. Ich dachte, das wäre klar, dass das die selben sind. Ich dachte da mal so... Banner Bob, ne doch. Das ist der Banner Bob, oder? Ja. Weil das heißt, einer von dem müsste ein verzaubertes Ding haben. Mhm. Ja, da ist er! Das sind tatsächlich die! Ja, klar. Die haben sich aber auf dem Weg vermehrt. Oh. The fuck? Die sind echt bis hier rüber gewandert? Ja. Was für miese Felder, ey. Sind sie weg? Ja. Da war zum Glück kein Axtboy dabei. Darauf erst mal ein Beruhigungskeks, ey. Oh, der schlägt mich und gibt mir Kürbiskuchen. Das stehe ich nicht. Weißt du, ich bin grad genau hier unten am Bullen-Törner so... Und ich denke mir so, nein. Lass mal nicht machen. Nein. Kein Leviosa. Er mag drauf, danke. Kein Hunger. Ich mach grad das Haus. Ähm. So, ich muss das Haus wieder unnötig kompliziert bauen, sonst ist das ja nicht von mir. Die sind echt um den ganzen Berg weg. Mich hat am Arsch. Dumme Scheiße. Nur mir dann auf den Sack zu gehen. Boah, so wie sehe ich einfach hier runtergekommen und ich bin erst mal mit 5 Pfeil durchlöchert oder sowas. Dann hätte ich aber wieder gekichert, weil du weißt, ich hab nicht Angst vor nem Videospiel. Mhmm. Mhmm. Dass wir uns jetzt zumindest einig. Ich komm in die Suche. Wow, Lammerschleim. Komm her, du Pisser. Reiß ich die Beine ab. Du hast dich mal weg. Scheiße. Mission accomplished. Waaah. Nimm die. Boah. Keine Ahnung was ich damit mach. Boah. Wow. Ich seh grad jemand am Kotzen. Ja. Ich bin am töten von Schleim. Von Kotze. Und die geben auch XP. Und ich hab zwei Magma Cream. Klingt lecker. Soll ich es probieren? Nein. So spät. Oh Gott, da ist ein Gas. Ich will hier weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich will hier weg. So, jetzt muss ich mal ganz kurz weg hier. Weg, Jess. Aber ich komm doch von oben. Da kam schon. Wer geflogen. ich mich hoch gebaut habe ich nicht hoch gebaut ich warst ein slime gesehen und habe ich mich hoch gebaut ja nein ich glaube aber ich sehe ein konstrukt aber das könnte auch das sind die sein weil er ja schon überall hier war ja dann wird die hölle kaputt gemacht ich sage dir das wollte ich nicht solle die keine jumprun scheiße machen hier ist das glaube ich ja warum bist du so ein gesangstalent ich bin ein schmater schmadt aber kein auto ja das ist nicht weg so jetzt kann ich mal schauen jetzt habe ich mir kauft was habe ich noch magma blog kann man nö ist es mit magma kriegen netter quarts wird mir nirgendwo was mit angezeigt johnny 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 wer 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 ich bin gleich zurück ich bin nämlich bei portalen landen und alles dreht sich ich finde ich sehr schnell an den stadt erzeugen dann somit auf die stradt start something sterben Kuh das war ja klingt voll bedrohlich 1 2 3 ich baue mir ein nächstes das hier oben auch pennen kann Holz habe ich alles Holz unten dann baue ich mir kein Bett dann gehe ich halt das ist der City der da läuft gottseidank schon wer liegt los geht was? was? leg dich hin jaaa ich habe angst im dunkeln Johnny ich liege doch schon siehst du? ich bin aus dem Bett gefallen ich habe ihn verletzt oder was m? m? o? m? 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 moment ich muss mir meine geschäftshandschuhe anziehen auch noch mein aktenkoffer die bild spieler ja ich brauche nebenher noch mal aktenkoffer dass ich das sind die angst hat wenn ich zu ihm aber geschäfte wo ist denn mein restliches kurz ich hab's ihm auch so geschenkt aber hat es angeboten zu handeln wo ist denn die ich glaube ich muss noch eine spitzer geworden eine eisen spitz schnake ich weiß ich verwirre mich selber mit meinem haus das finde ich gut ich werde dann verzaubern ok sind dort lebst du eigentlich ich bewege mich nun in deine richtung worten geplante ankunft in drei minuten um wege durch tun das haus alternativroute wird berechnet überlassen überlassen links abbiegen bei der nächsten kreuzung links abbiegen bei der nächsten kreuzung links abbiegen bei der nächsten kreuzung links abbiegen ich müsste dabei das verstehe ich nicht das kommt mir alles so bekannt vor also ich werde noch so eine halbe stunde da sein und dann muss ich mal irgendwas wir könnten alle präsentieren wenn er so eine können ja ab 13 30 mal irgendwie für eine stunde oder so mittagspause einlegen dann später weitermachen troppenschild gründen was ja ich glaube sie was zeugs scheiße oder sowas auch weg zu schwimmen und sagt es mir keiner ich habe schildgründen gemordet das finde ich sehr schön ist das schon sind das neues haus oder das wo du gebaut hast war das sind die saus ich habe nicht so wie das aufgebaut ist sehe ich direkt dass es auch wirklich von dir ist ja ich sehe alle sind fredo ich habe den stoff ist auch ein stoff wie viel wie wollen wir das machen brauche ich nicht ich habe ich habe steaks nimm den kuchen du weißt du was du weißt gar nicht was für einen krassen geilen deal du gerade gemacht hast ich auch nicht du hast lieber so viel platz im inventar ich gucke lagerfeuer Moment ich muss kurz EXP haben wie baut man so ein lagerfeuer was baut man alles wahrscheinlich wills was ist das bei einer vorlage nein kinders du brauchst ein lager und feuer ich habe lager und ich habe feuer zeug nein ne ich brauche mal ein lagerfeuer du brauchst feuer ohne zeug ich brauche mal ein lagerfeuer schau in dein buch ja geht nicht wie geht nicht ach das geht doch um crafting table ja oh kohle wieso entrindet was wissen du von mir alles ok entrindet kohle stückers finde ich doof sind teil ich lege dir noch 10 stück in dein o für die blumen blumen ähm da war die mobform ok was macht ihr was macht mir ein Huhn ich spiel mir das Huhn vom Brot hm Hühn Fanny Jack Fanny Jack eine Bottle voll boom boom Alter der Quarzt da richtig ab der Junge ich glaube Cindy braucht noch ein zwei Blöcke Quarz mehr nicht so viel aber ein bisschen mehr ich glaube unsere mobform funktioniert nicht so wie wir es wollen überhaupt ganz am Anfang ging es da waren sogar Skelette und Spinnen das kommt nichts mehr das war ein Spinnen-Spawner nein das ist nicht beim Spinnen-Spawner Spinnen-Spawner weil der zu weit weg ist Silk Touch und Spawner geht das? ja eigentlich ja früher ging das ähm das ist die die wo wir haben zu spawnen hm irgendwo wo das Ton wie Junge war Michael Jackson's Workout dann gehe ich um aufreißen dann gehe ich um aufreißen warum gibt es eigentlich kein Michael Jackson's Workout oh da geht ich bin zu voll um aufreißen zu gehen ich gehe nach haus in die hölle das geht auch bestimmt mit alles scheiße holy shit ohne umwege durch thames haus zum bahnhof krass ich werde wachsen ich bin immerhin schon sieben das sieht hekelhaft aus ok 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 wir bräuchten eigentlich auch noch eine menge endermann franzosen also wir müssen ja erst noch 100 jahre warten bis die nur wie boobies leben ja was ich sag's dir was wollen die in gelato land und dann ja genau aber dann gibt es ja ender höllen portal shit fortress netter fortress genau und das ist dann sexy dann können wir auch irgendwann mal richtung entgehen ich muss kurz einmal um einen keller rumlaufen ich lüge ich lüge ich lüge ich lüge immer noch oh ja ich lüge im bett jetzt bin ich aufgestanden bin ich scheiße wow ja gib mir das level ja 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 fuck you bitch sag nein wirst du bitte ja ich habe gerade gedacht da gab es irgendwo irgend so eine stelle ich weiß nicht mehr wo wann aber so eine stelle da wurde so ein bild von unserem komischen mit sommersprossen und doppelzopf reingeschnitten und dann kam so kann sich daran erinnern ja ein spot verfolgen ich weiß nicht was es da ging naja oberschenkelmuskeln oberschenkelmuskeln wasser 31 die erinnern mich immer wieder warum ich das baumhaus gebaut hat die beschwerde fast aber 131 jetzt finden wir noch was das nicht scheiße platziert ist so über den riesigen lavasee zum beispiel wäre etwas durch würde nie passiert schon gibt 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 22 22 22 scheißen 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 hallo sind die hallo sind die ich brauche mehr erde weiß ich nicht weiß ich auch noch hm 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 ich bin gleich so weit mein scheiß Musik hat aufgehört nein Musik du startest nur neu boah kann wohl dass es so ruhig war ekelhaft was muss ich kotzen was muss ich kotzen wiii warum wirst du dir dann schon so ein geiles spiel weil ich das gemacht habe ah danke ganz allein ohne hilfe die apana wollte mir nicht helfen ja dann hab ich gesagt ok hab ich dann gesagt weißt du verpiss dich wasser wenn du so nett wärst und zurück nach haus ich frage mich immer noch wo meine zweite katze ist kratze oder katze und hoch mein papa geist sein papa ju ja mein papa ju ist einfach weggegangen vielleicht hat der dich nicht weggekommen der mag dich nicht das kann nicht sein das kann ich nicht ich hab den immer geschlagen richtig der muss mich der hat mich zu mögen sonst weißt du was passiert richtig raus aber 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 schokolade aber 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 bravo 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 ich hab hunger dann ist was dann ist was dann ist was niauuu niauuu verstehe ich nicht es ist und bleibt ein rätsel es ist und bleibt ein rätsel es ist und bleibt ein rätsel was kann man noch mit magma cream machen außer diesen einen block ähm müß warte herzhaft ach nö ich glaub irgendwelche tränke oder so ooooh ich hab noch nie tränke gemacht du bist falsch nein sag ich mal nur kohle raus ach fackel die doodle junge die